Waskrab, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wenn es wieder heißt Adolfs Tipps am Mittwoch. Es geht heute um folgendes Thema. Du bist im Gym und hast keinen Plan, wie du die Bank an der Multipresse ausrichtest. Ich zeig's dir. Schaffst du es ganz einfach, die Multipresse und die Bank so einzustellen, dass du perfekt mit dich sitzt. So, wir wollen Schulterdrücken machen und haben keine Ahnung, wie wir da die perfekte Position für die Bank bekommen, weil sie natürlich nicht festgeschraubt ist. Deshalb gehen wir hin, richten sie erstmal grob mit dem Auge aus. Die Aussetzung ist, dass die Multipresse gerade steht und dann mache ich das immer so. Ich setze mich erstmal rein, hebe sie raus, gucke wie es von der Position ist. Wenn ich denke, es ist ungefähr in Ordnung. Gehe ich raus, schiebe die Bank ganz dran und wir sehen. Ich dachte, sie wäre gerade, aber sie steht total schief. Dementsprechend können wir das Ganze korrigieren. Und schon habt ihr die perfekte Position an der Multipresse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Adolfs Tips am Mittwoch. Support nicht vergessen mit dem Code Adolf10 für weitere YouTube-Projekte. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.